Herzlich Willkommen zu Gita Online. Im heutigen Video werde ich euch eine AFK-legale Geldmethode zeigen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Fürchtet euch, fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Verschiedenen Unternehmen zeigen, die ich selber besitze. Also MEV-Labor habe ich, Falschgelddruckerei, Kokainlabor und Dokumentenfälscherei. Und hier ist das MC-Gebäude. Von da aus kauft man die Unternehmen. Jetzt setzen wir uns an PC und da sieht man schon, wie viel Wert die Ware hat. Und bei dem Lagerhausmanagement hier ist auch ganz wichtig, dass man die Techniker richtig zuweist. Wenn jetzt ein Unternehmen vollgepackt ist, dass man dann den Techniker zu einem anderen Unternehmen schickt, um dieses auch aufzufüllen. Wenn ihr denn noch jemand habt, der jetzt euch die Ware kaputt machen möchte, dann geht auf Online, Sitzung verlassen oder neue Sitzung finden. Dann geht nur ein Teil eurer Ware weg. Also es ist nur ein kleiner, geringer Teil. Ist immerhin besser, als wenn die ganze Ware zerstört wird. Und jetzt haben wir hier eine Mission. Das ist jedes Mal eine andere Mission, wenn ihr das verkaufen tut. Und es ist wirklich eigentlich AFK. Also ihr könnt, wenn ihr das Unternehmen habt und die ganzen Unternehmen alle zusammen, also gibt halt mehr Geld, ja so mehr Unternehmen ihr habt, so mehr Geld gibt es. Und dann könnt ihr alle paar Stunden, könnt ihr mal da wieder mal ein bisschen verkaufen oder ihr wartet mal länger. Kommt halt drauf an, wie viel ihr online seid in GTA. Und also ihr müsst in GTA Online sein, dann füllt sich das automatisch im Nachtclub auf. Also ihr müsst dafür gar nichts tun, überhaupt null. Und dann geht ihr ja immer wieder mal nach einer Zeit wieder mal dorthin und verkauft eure Ware. So, und jetzt sind wir hier auch schon angekommen nach 6, 7 Kilometer. Also ich hatte keine Turbulenzen, Gott sei Dank. Es kam niemand. Jetzt können wir hier die Sachen abliefern und müssen das Gebiet verlassen. Jetzt haben wir über eine Million bekommen und sind jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Wir werden uns im nächsten Video wiedersehen.